so hier geht es ja gleich schon gut hoch alter falter die erste wanderung nach friederike lassen wir uns mal überraschen alter falter ja was ist da ah der ist gesächt das stimmt Kasa Willemich im Nebel nicht schlecht ja das ist genauso hatten die da den Zaun festgemacht oder was wahrscheinlich ist ist die 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 da wo ist der Kanal? so ein bisschen gewütet hat der hier aber, ne? aber es sieht ja aus, als wenn sie die Bäume vorher schon noch abgesägt hätten, oder? so frisch wie die Schnittkanten aussehen da oben aus, ist ja auch richtig hell obwohl, kann natürlich auch sein, dass wir es gestern noch gemacht haben schon nächster für uns ja hier, hier mal einer gucken wir laufen, wir laufen wir gehen aber auf den richtigen Weg da drin ich hab meine Dinge jetzt gar nicht gestaltet meine Komodroute, weiß egal dann kann ich natürlich die Dinge nicht verfolgen dann bist du heute der Einzige in der Wegeleiter hier hoch, oder? ich glaube geradeaus wir kommen wahrscheinlich von da her nachher wieder gerade raus und dann kommt eine Kreuzung oder eine Abspeicherung da halten wir uns fliegen ok und auf der anderen Seite kommen wir zurück da ist aber noch nicht hier dieser Weg, oder? warte könnte sein könnte sein, der sieht so aus jedenfalls nein ne muss ein breiterer sein ok so ein 200 Meter ja wo ist das denn? ja, mach mal gucken ja da liegt doch schon einer quer über dem Weg ja 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 gut schon nicht runter ja 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 Vielen Dank. Du hast gesagt links, ne? Wo geht's denn hier hin? Das ist eine schöne Straße. Portakance, Vermeldetour. Das ist rechts. Hier da hinten links, das ist ja hier links. Wir müssen zum Fernsehtour wollen. Okay, das ist aber rechts. Guck mal. Hast du nicht gesagt 100 Meter? Ne, ne. Jetzt sitzt da 100. Da hinten rechts. Ne, links halten. Und zurück kommen wir da raus. Da hinten rechts. Da sind wir da raus. Ja, da hinten rechts. Machu machu. Heute kommen wir nicht so gut weg wie letzte Woche. Von Schuhen her nicht. Wird die Hose auch wieder leiden müssen. Ja, da ist eben schon ein Ast vorgeschlagen, nicht so dreckig. Alter, was ist das denn da? Das sieht aber künstlich aus, oder? Ja. Das sieht aus, ja. Ist das nicht prägeniert oder so? Ja. Okay, ich gehe jetzt nicht. Hier ist eine Kletterwand, hier ist ein Haken drin. Hier sind Haken drin. Hier sind welche hochgeklettert. Die Natur ist doch nicht so gerade. Nein, nein, das ist wahrscheinlich... Die Natur ist hinter, aber... Das muss man doch mitnehmen, weil es auch weht. Ja, alles gut. Morgen. Hier ist der Schwollmannsweg. Hau 88, Achim. Lauf mal ein bisschen. Das tropft mich eigentlich die ganze Zeit auf dem Kopf hier. Das war hier aber auch nicht alles Friederike. Diese kaputten Bäume. Und was mit Janka Barranca und ihrer Hand? Das ist schon besser. Sie könnte wieder spülen. Ach so. Guck mal. Ja. Ja. 147 Meter nur. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Das oben ist noch ein bisschen weit. Ja. Das ist ja das, was uns ja auch im Kopf tropft. Ja. 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 Musik. Ja. Das ist G mit B-Stick gekauft. 256 GB für 60 Euro kostet normal 129 ne Saturn in Osnabrück ne Stunde filmen, 20 GB ne passen wir auch nicht mehr, da sind mehr als 10 Filme drauf 10 Stunden Video ist schon ein bisschen was die Baumkronen sind nur schön weiß Tannenweg zum Kammweg Geht der hier hoch? Ja, dann hmm 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 Das sieht ja von der Menge umgeknickt hier. Ja, hier vergieg ich jetzt bei rechts. Das ist ja schon wieder ein paar Tage gewesen. Das sind die Mingebünen umgeknickt. alter guck mal, scheiße, wir müssen nicht querbeet wir kommen sonst nicht da hinten nicht her weil alles zu ist wir müssen hoch da hinten gehts ja gleich wieder rechts hier rüber und durch hier und durch, durch das Gestrüpp oder was? rüber und hoch ja, da hätten wir auch da vorne schon hochgehen können hätten, hätten, hätten scheiße so lange Beine gut, dass ich die habe da vorne ok ja was? ja 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 stimmt warte mal warte mal ja ja warte mal wird es noch ein bisschen weiß hier heute ja ja was hast du? 200 Meter ok ja 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 Im Fernsehturm, geht's da oder da? Sind wir schon da vorbei, oder? Für den Fernsehturm. Oder ist er auf der Seite? Der Kammweg. Auf jeden Fall sind wir ganz oben. Ja, auf jeden Fall auf dem Kammweg hier oben. Genau. Vielleicht gibt's einen rechts, vielleicht müssen wir uns rechts halten. Wir müssen nicht und können. Dann ist schon eine Hütte und ein Haus. Okay. 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 Nein, 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 nein. ein kleiner anstieg da kommt der körper richtigen wallung ja jetzt irgendwie sehen wir ja 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 und Oh, das steht hier auch schon. Ja, komm, dann lass uns mal hoch. Winterpause, darfst du nicht hoch. Ja, ist so, darfst du nicht. Winterpause. Was haben wir denn hier? Steht denn hier toll? Erfolg der Gauleitung in der Denkmalsfrage. Das Kreuz soll nach Minden. Gutachten zum Denkmal wegen Urheberrecht. Albert-Leo-Schlagerter-Denkmal in der Porta Vesfalica. Nazi-Erbe. Ach, da war ich auch schon. Das muss ja auch hier vorne sein. Das ist aber auch ein recht trauriges Denkmal. Da ist ja nicht viel. Was haben wir da denn hier? Schönau, Bad Schwarzwald. Wohin? Hier oben. Hier rechts rum. Ich bin damals mit Guido auch von da gekommen. Hier kannst du nicht. Erstmal durch. Wir müssen erst ein Stückchen weiter hier. Ach, mit Sicherheit. Du musst ja aufpassen. Nicht, dass dir was auf den Kopf fällt hier von oben. Baum oder? Nee, Eis oder sowas. Hier, Vorsicht, Eisschlag. Denk daran, ich lass dich liegen. Ich lass dich liegen. Wir machen das noch schriftlich fest. Wahrscheinlich müssen wir jetzt da rechts. Da ist nichts rechts. Für uns gibt es immer rechts. Wahrscheinlich ist der da hochmarschiert oder was? Nein, nein, nein. Den Bogen rechts um den Turm rum. Aber wir können auch geradeaus. Dann kommen wir genauso da hin. Ja, okay. Ich wollte jetzt nicht da reinreden. Wir können auch noch mal zurückgehen. Nein. Das ist nur der Bogen da. Ach, das ist nur der Bogen. Dann gehen wir den Bogen geradeaus. Ich weiß nur, dass wir das letzte Mal von hier unten gekommen sind. Erstmal. Ja komm, dann kommen wir genauso auf diese dumme Straße. Scheiße. Da fehlen uns jetzt natürlich die Etagen, ne? Hä? Mann, die Etagen, die wir heute... Jo. Die Etagen, die fehlen. So. So, das... Die fahren alle mit Autos hier. Ja, die wollen wahrscheinlich nicht hier hochklettern. So wie wir. Die wollen einfach nur ein bisschen spazieren gehen. Das ist der Unterschied zwischen spazieren gehen und wandern. Gerade in diesem Moment gehen wir spazieren. Ja, das stimmt. Ja. Wer an sich hoch war, wandern. Ja. Ja. Die wollen, das geht auch interessant. Ja, aber auch dafür, dass wir jetzt nicht richtig hinter uns sind. Das ist immer nicht schlecht aus hier. Die ersten drei Kilometer, ja. Da sind ja auch noch eins. Ja, die Lianen sind da halt. Den Baum hochgeklettert. Ist auch interessant. Irgendwie habe ich es bewusst auch noch nicht so gesehen. So, hier, nimm mal. Halt mal ein bisschen fest hier. Kannst auch mal ein bisschen aufnehmen, wie das so ist. Bist auch mal Kameramann. Na, nach zwei Kilometern muss er schon trinken. Ja. Das ist halt. Der Unterschied zwischen Amateur wie du und Profi wie mir. Deine Energien wird schon verbraucht. Ja, wo ist das? Muss immer viel Wasser trinken. Ist das denn hier richtig hier? Was? Hier herzulaufen. Ja. Ich denke, wir werden hier diese Straße gehen, weil nachher ist sie nur hin und zurück, ne? Ist das so? Ja. Jetzt geht es noch ein bisschen doppelt, aber nachher sind wir dieselbe Strecke dieser hin und wieder zurück. Na, super. So ist das halt. So ist das halt. Wer wollte hier nochmal hin? Ach, dann wollt ihr hier hin? Jede Tour muss gemacht werden. Ach so. Ja, da ist er. Stand auf der Liste. Genau. Danke für die tolle Aufnahme. Ja. Warte mal. Hier ist doch... Komm, dann geh mal ins Halter hier. Nein, das geht nicht. Nein, hier ist doch ein Weg. Ja, was denn? Ich will nicht auf der Straße laufen. Ja, ich glaube nicht. Mensch. So, ich würde sagen... Wir sind noch auf der richtigen Tour. Ja, ich glaube... Was sind wir noch auf der richtigen Tour? Ja, Straße war eben daneben. Ja, siehste. Siehste. So. Ich glaube, diesen langweiligen Weg, den brauchen wir jetzt nicht weiter auf Video aufnehmen. Ich schalte euch mal ab. Wir kommen später nochmal wieder. Bis dann.